Eingebaut haben was machst du sind 52 die sind ja irgendwie einfach finde ich hat sich noch schön viel hits bei denen dann hier vorne hat es gleich nochmals zwei christen was auf der längste von der litte warte und schnell durch vorne denkst du an die wand okay gut warte kurz hier herr cool auch eine litte nur ist nur eine litte diesmal nur einer ok 1 einfach alle wegnatzen keine gleichen angriffe doch hier kann ich auch gleich machen wieso haben die gefährden den elite angegriffen wieso kannst du kurz bitte heilen ganz kurz bitte ja sagen ich habe gott sie passende wenig aber du sollst nach dem feuer stehen ja ich fahre gleichfalls was passiert eine attacke und ich bin tot und ein feuer ok ich glaube ich brauche bei sowas in hieler also dann gehe ich auf viele um ich habe meine es ein bisschen besser ausgerüstet so genau kraft war oder zwei stärke stimmt für mich ist da noch drin nämlich nicht ja schild und absorptions wert aus dem ist es hell hast du hell das kannst für meinen täter brauchen der hotel ich mache das stärke ja auch für ein tank wer hat es bekommen du ich weiß nicht ob ich auf tank ob ich mein auslust ein bisschen tank mäßig machen soll das funktioniert so 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 So, jetzt haben wir uns eigentlich recht gut raus. Du übernimmst den Tank und ich. Ist der bei dir occassiv? Jetzt nicht mehr. Der war einfach bloß am rumlaufen, der war Level 10. Ich weiß es, ich wollte ihn töten. So, ja, ähm, ah, ja, ähm, ah, mein Auge brennt. Hier, Leitung wird gesichert. Erbeben. Ihr habt das gespürt. Wenn es noch mehr solche Beben gibt, könnte keiner von uns unverletzt entkommen. Äh, nein, kein Geflotte mehr. Lass die Welt erzittern und sich selbst zerreißen. Ich bin Sith und ich werde überleben. Alter! Solida Hask und ihr Unternehmen... Danke für die EP. ...ein Geheimnisse des Isotope 5. Sie befindet sich im Moment in ihrem Ressort und hat drei Clanführer der Hutten zu Gast. Mayu ist ein Spice-Diener und Sklavenhändler. Kobi Scho ist ein Unterhändler und Advokat für das Kartell. Und Podorania betreibt eine Industrie. Ihr braucht mein Tank. Hask hat solide automatische Sicherheitsvorkehrungen installiert. Und jeder Hutte verfügt zudem über einen Kader von Leitwächtern. Widerstand ist unausweichlich. Wenn das Ressort einen Alarm nach draußen sendet, haben wir die gesamte Huttenarmee am Hals. Leitwächter sind dann unser kleinstes Problem. Und noch mehr EP. Das Ressort wurde auf einem unabhängigen Tafelberg errichtet. Isoliert den Tafelberg und weder Verstärkung noch fliehende Augenzeugen werden zum Problem. Es gibt nur ein paar Landeplätze über das Ressort verteilt. Also schlage ich vor, die Plätze und die Fähren zu zerstören. Die Leitwächter der Hutten sind ebenfalls bei den Landeplätzen untergebracht. Um das Ressort zu isolieren, müsst ihr an ihnen vorbei. Es gibt keinen Weg vom Tafelberg. Niemand wird zur Hilfe kommen. Die Hutten und ihre Sponsoren sitzen in der Falle. Mit mir sollen wir beginnen. Auf euren Befehl. Ich werde eure Position überwachen und euch mit Aktualisierungen versorgen. Möge die Macht euch Kraft verleihen. Ja, ja, die auch. So, ja. Let's, what the fuck. Let's, what the fuck. Geil. Neues Let's Play. Let's, what the fuck. Nick, ähm, Nick. Ja. Gelernte Lektion, what the hell. What the hell, man. Wo bist du? Kämpfst du schon vor, oder was? Ja. Äh, wo muss ich denn hin? Hey. 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 Danke. Nimm das von mir weg. Du tanzt nicht vor mir. Ey, das ist ja mal, kann man kein Anlagengreifen. Hey, ich hab einen Bonus gekriegt. Was? Du hast 25 Feriengäste und Dienertroiden. Stopp, das ist meine, das ist meine. Das sind meine, die rennen mir nicht weg. Das sind meine. Aber wenn ich sterbe, das sind meine. So, Asi, du kriegst einen Bonus für das Töten von Leuten, die eigentlich losrumstehen in Ferien machen. Okay, ich bin tot, aber das war's wert. Das war's wert. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Scheiße, knapp. Da ist noch einer. Ey, lass mich die killen. Ich brauch sie. Ich hab' ja auch den Bonus gekriegt, dass du... Ach so, okay. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay. Ups. Was? Ach, gescheiß, ich kann nicht springen. Wann sind Katar blau? Was ist mit Katar? Ey, ähm, sind jetzt eigentlich die neuen Dinger draußen, die neuen Spezies? Die neue Spezies, hab' ich noch gar nicht geschaut. Ich hab' ich auch nicht geschaut, deswegen. Äh, wir brauchen ein paar Huttenteile. Erreiche den Landeplatz von Manju den Hütten. Mach' mal schnell'n Cut. Und wir machen einen kurzen Cut. So, ja, willkommen zurück. Xalai musste leider auf. Ich werde versuchen, diese Dinger alleine zu schaffen. Tötet nicht so viele ohne mich. Und jetzt versuchen wir's mal alleine. Also, er hat gesagt, es wird schwer, aber auch wieder nicht so schwer. Das, ey, der hat Blendgranaten drauf. So, Nummer 1. Ich glaub' ich muss hoch. Platin auszeichnen. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ein Healer. Okay, den müssen wir als erstes ausschalten. Der ist ausgeschaltet. Naja, wirkt ein bisschen knapp. Ich hoffe, ich schaff's. So. Ja. Ähm. Das ist nun mal noch. Komm, das packt mal. Jo. Äh, äh. Elite. Nein, noch nicht. Okay, kann der stunnen? Ich muss jetzt erst schauen. Und der macht das und der macht das. Warum hat's nicht funktioniert? Neues Midi-Pack. Ich find' die neuen sind ein bisschen scheiße aus, aber ist ja egal. Und natürlich kann ich sie noch nicht benutzen. Wat für ein Wunder. Ich bin eindeutig zu hoch für dieses Level. Und ich bin falsch abgebogen. Nein. Elite. Okay, zwei Felsanitäter. Wie machen wir's? Das könnte echt ein Scheißproblem werden. So. Jetzt versuchen wir was weiter hier. Also, es wurde viel verbessert vom Skillbau-mäßig. Sieht mal, äh, merke ich auch. Weil ich kann jetzt hier öfters, ähm, Machtschreib benutzen, weil ich brauche nicht mehr, nicht für jedes Mal Wut. Raserei hat sich verändert, das Bild sehe ich gerade. Ähm, so geht doch. So, ähm... Erreichen. Okay. So. Jetzt kommt der Nächste. So. 150... Ähm... Regul-Markab... Hey! Hey! Ähm... Bürger von Markab. Ähm... Oh, ich hab nur hier was, aber wo krieg ich bitteschön das mit... Ja, okay. Äh... 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 Ah, es gibt auch was. So. Also, ich werde jetzt auch gleich mal hier wieder Schluss machen und werde morgen weiter machen. Ich muss nochmal lernen. Vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich lange... Lern ich? Äh... Ich würde niemals lernen. Ach, hey! Er wird angegriffen. So. Ja, ähm... So. Ich würde es noch zu... Ich war es, glaube ich, noch zu Ende. Du läufst nicht vor mir weg. Also, ich war es, guck, Mann. Ich wollte es noch nicht vorhin. Es war es noch nicht vor mir, sie wurden. Ich hab das nicht in einen Schaden. Ach, was war es noch nicht in den Schaden. Ich hatte es noch... Um, ich hatte das nicht. Ich bin jetzt. so ja das noch dann das und hey schenk dir was und dann auch das jetzt muss ich schauen jetzt hat sich nämlich beruhigt bei meinem handy zirpritz nicht mehr jetzt schaue ich mal kurz was da abläuft okay so ja tut mir leid sorry ich entschuldige mich nicht hier macht schrei ohne irgendwelche gut irgendwelche gut näher so wie es ja leck mich ich bin fast tot das ist ja nicht so ein schwieriger kampf wenn er noch lebt volles leben ich habe keinen sens da bin ich sprach nur wenn ich sowas höre hier sowas mehr oder ist keine Gruppe für Gruppenteil Rache des Achtes Acht ja jesus so jetzt mach ich kurz was für das place so kampf immer zum gespräch so jetzt kriegen wir nur noch das was ich möchte jetzt sehe ich nur noch Systemmeldungen und wir werden nicht mehr gestört außer halt wenn mich jemand anflüstert so da 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 so ich glaube dann müssen wir noch darüber dann sind wir fertig und dann gehe ich zurück die die waren eben nicht da oder wahrscheinlich war sie schon da aber ich habe es nicht gemacht ich glaube das überlebe ich diesmal nicht wohl könnte doch noch reichen das war scheiße knapp wenn ihr noch mal sagen könnt was ich verbessern könnte bei meiner Kampftechnik sagt es mir schreibt es sofort in die Kommentare und ja da ich bedanke mich schon mal im Voraus ach leck leck am Arsch da ist dann in mir da machen wir das also wirklich eigentlich sollte man Wunder schubsen können als Wunder stoßen als aber das geht ja leider nicht weil ich die blöden Entwickler so gemacht haben feuer frei so die ganze Zeit so 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 jetzt machen wir das noch fertig und ja dann bin ich auch fertig nochmal nochmal noch mehr was jetzt auf einmal mischt es sich ein jetzt wurde fast vorbei ist so wie steht es denn überhaupt äh Erfolge äh Ort Voss Marke ok äh Weltraum der Herr ich rief nicht ich rafs nicht mehr durch Flashpoint brauchen wir nicht mehr Gefährtenvermächtnis fest ich hatte doch schon 1.000.000 verfügen wie